Nur, dass man mal sieht, auch die Kostenentwicklung beim Flughafen selbst, das noch einmal in Erinnerung gerufen. Es gibt eine ganze Menge hier drin, die sich an die Zahlen noch erinnern. Zu Beginn der Planungen in den 60er Jahren hat man gesagt, 800 Millionen Mark. Das sind noch Zahlen in Mark, die wir hier haben. Wo der Kabinettsbeschluss im Jahr 69 gefällt worden ist, wir bauen ins Erdinger Moos, hat man gesagt, 1.600 Millionen Mark. Die Schutzgemeinschaft von uns hat dann 1980 einmal ein Studieauftrag gegeben, hat gesagt, es werden 6.800 Millionen Mark werden. Man hat uns also alles Mögliche geheißen damals, dass wir mir getrickst haben und schissen haben und alles Mögliche. Dann kam der Baustopp 81, da waren wir schon bei 3.260. Und Finanzminister Streibl kann mich an die Sitzung noch erinnern im Landtag, kam rein und musste dann einräumen, wir liegen 86 bei 4.590 Millionen. Und bei der Inbetriebnahme lag das Teil dann bei 8.550 Millionen in D-Mark. Das ist die Kostenentwicklung des Gesamtprojektes. Selbst von 86, da war das Teil schon ein Jahr im Bau, bis 1992 fast noch einmal eine Verdoppelung, kann man sagen. Nicht ganz, aber fast. Zu einem Zeitpunkt, wo es keine Gerichtsverfahren mehr gab dagegen und so weiter, sondern wo gebaut worden ist, wie geplant. Jetzt aber noch etwas mehr Gerichtsverfahren mehr war. Vielen Dank.